Herzlich Willkommen zu einer ganz besonderen Immobilie. Wir sind hier beim Grabenhaus in Werfenweng und lauter Erzählungen nach sollt ihr schon 400 Jahre alt sein. Aber kommt rein! Hier in der Küche kann man gut erkennen, dass alt und modern kombiniert wurden. Man hat neue Geräte und die Original-Steinmauer. Auch im Wohnzimmer wurde der Charakter beibehalten durch die Verwendung von Original-Materialien, wie beim Sichttauchstuhl, beim Boden oder bei den Fenstern. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Hier wurde das Schlafzimmer mit dem Badezimmer wunderschön kombiniert. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Er Neue Aus Charakter und moderner Technologie sehr gut gelungen. Ich genieße jetzt noch was von der Aussicht und vielleicht sitzen wir beim nächsten Mal schon gemeinsam hier im Garten.